Wie krass, da unten sind wo irgendwie, also Garnelen nennt sich das, sah ja aus wie Quallen und 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 die konnte man nicht angreifen. Jetzt guckt sich das hier einer an. Einen halben Meter. Da, hier, da. Ach, mach keine Witze. Da hat's halt genau das Loch draußen. Ja, ich fall da ja auch noch rein, aber ich fand's trotzdem super. Höh, was ist das? Aua. Äh, ich, äh, schaff das. Was, hupfst du schon wieder rein? Nein, ich, ich meine hier die, Aua. Ich hab hier wieder fünf Gegner, so. Weißt du, wie man das halt macht. Also, ich hopf ich da gleich schon wieder rein. So, jetzt ist der, ist der Grundsackgrünschnabel drin, der kann aber drin bleiben. Oh, wie hab ich? Jetzt ist Raxau drin. Jo, ich bin doch was selber reingehobst, wenn ich da auch wieder raus. Ich hatte halt jetzt nix zum Bauen im Inventar, dadurch kannte ich mich da nicht mehr hochbauen. Total doof. Ja, diese Gelee-Dinger kann man zwar killen, aber die halten ganz schön mal aus. Die, ja, schon. Außerdem heißen die Dinger Rempel-Gele. Was, wie heißen die? Rempel-Gele. Rempel-Gele. Ja, wahrscheinlich, weil sie eine Rempel, wie auch immer das Unterwasser auch sein mag. Ich dachte, da stand Garnela, aber da war es wohl Gelee. Ja, das schreibt sich auch. Ja, Garnela, Gelee, pfff, Klipper. Also, wenn eine Garnela klippig ist, dann ist das doch sehr bedenklich. Noch nicht ganz durch. Kann die Katze ja nicht irgendwas so durch die nur da ließen? Die läuft nur hinter dir her und sieht süß aus. So, mehr oder weniger. Ja. So, wer hat denn jetzt diese Quest gelesen und weiß, wo wir den Bogen herkriegen? Äh, selber craften. Achso, ein bisschen Baurolle und damit fertig. Achso. Ja, habe ich alles dabei. Soll ich dir mal eben machen? Ich hab hier, ich hab so ein scheißvolles Witz. Ja, das geht aber leider ohne Werkbank nicht. Ja, gut, aber dann kostet vier Moment. Soll ich deine Bahn? Ja. Äh, mach ich da. Die Tendenz geht ja ganz klar weg von Türen. So, echt? Ja, ja. Okay. Brauchst du Mana-Tränke, Danu? Nein. 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 Definitiv nein. Gut. Warum? Was machst du? Äh, ich, äh, ja, ich muss halt mal Sachen weg. Schmeißen. Äh, was bist du denn? Da hast du doch. Mhm. Wo? Alles gut. Woja, wenn du die nicht runterziehst, dann? Alles gut. Hm? Ich hab grad ein Geschenk bekommen. Hui. Ähm, hier geht's runter. Wollen wir da hin? Okay. Und dieses Craften von dem Bogen, muss man das an der Werkbank machen? Ja, ne? Ich hab die draußen ständig hingestellt. Ah, dann bauen wir das da zusammen. Dann war ich das. Ja, brauchen wir aber noch einen. Die zählt für uns alle weg. Ach so, dann sollten wir da jetzt zusammen hingehen und abgeben. Weil man kriegt nur der Riesen Reichweite, die... Also ich muss den Holzbogen herstellen, steht bei mir noch. Ja, warte, ich hab mir jetzt hergestellt. Ja, ich hab mir das erzählt. Hat gezählt, ja. Doch, also ich hab bei mir steht 1 von 1. Ja, doch, Tatsache. Ja, okay, 1 von 1. Ja, gut, dann gehen wir da zusammen hin. Wo war der Kumpel? Ja. Wo hier oben, glaube ich. Ich meine nicht, aber... Äh, nö. Nö, da oben. War ja so ein bisschen hinter versteckt irgendwo, aber... Äh, nö. Haben wir eine Karte? Sehen wir da was? Nö. Wo ist denn nochmal der Eingangstein? Ja. Ja, das ist der Nachteil an der großen Karte. Es war auf jeden Fall auf so einem Berg oben. Na, das könnte da hinten gewesen sein. Bei dem hier. Ja. Gemischt Warenhandel. Oh ja. Na, so ist es momentan. Ich konnte mich ja nicht vorbereiten. Die haben mich ja nicht gelassen. Die haben mich ja weggezerrt. Mii, mii, mii. Mii, mii, mii. Ich geb dir gleich mal Mii, mii, mii. Immer wird man hier irgendwo hingezehrt, wo man nicht hin will. Du wolltest doch durch ihn. Blöde Kürbisecke hier. Ich wollte in die Wüste. Viel schöner. Seid ihr alle da? Ja. Okay, dann einlösen. Yay, Quest abschließen. Ich kann nicht abschließen. Ja, wahrscheinlich, weil du den Bogen hier hast. Ja, musst du machen. Dann mach du. Das zählt also dann auch nicht gemeinsam. Äh, das hat ja alles zählt, ja. 1.000 dp. Das ist doch super. 1.000 dp. Und ich habe wieder Punkte zu verteilen. Neun Stück an der Zahl. Ähm. Dann hast du schon weiter nicht gemacht. Ja, doch. Woher habe ich eigentlich Türen, Koja? Die lagen da vermutlich so rum. Ich weiß auch nicht, wer die aus dem Inventar geworfen hat. So, wollen wir da jetzt wieder in den Turm zurück und runter? Ja. Ja, schön. Boah. Ihr könnt es auch nicht lassen. Einfach mal friedlich durch die Welt gehen. Der ist ja nachgerannt. Wir sind voll friedlich gelaufen. Der wollte nicht. Okay. Baum. Woher hat Koja die LSD-Cutze? Die gab es als Bonus für, ähm, für, für, hier Vorbesteller quasi. Also hier für, für Early Access Mitmacher. Da gab es dann das als Bonus. Kann man dann eintauschen. Ey, wartet doch mal auf mich. Ich habe extra noch Licht. Wo seid ihr überhaupt? Unten? Das gibt es doch gar nicht. Schaut, dass sie einmal warten. Hi. Oh, cool. Die Figuren will ich mitnehmen. Du hast doch keine Platz in den Winter. Was schmeißen? Ist mir egal. Oh, jetzt ist wieder ein Käfig. Ist aber drin. Boah, die Figuren. Ja, da ist ein Horstier-Trainer. Wer mag sich holen? Was denn da ist ein Biber? Nein, in Forschung. Keine Ahnung. Ich sehe das schlecht. Kann ja mal mitnehmen. Jetzt hat er den Co, ja. Oder? Klar. Ja, ich habe ihn. Fasten, ja, ja. Ist zu dir, Uwe. Hier, ich nehme die, ich nehme die Figuren mit. Super. Die sind super. Wasserspeier-Figuren hier. Wir kommen noch mehr. Wir können einen schönen Brunnen machen. Ja, Wasserspeier weiß nicht, ob man so viel braucht. Aber guck mal, hier im Brunnen. Ähm. Momentar voll. Ähm. Sackkasse? Moment, da waren ja auch noch so viel Guren, aber ich glaube, so viel braucht man nicht. Die Sackkasse, es muss weitergehen. Das war doch nicht alles, oder? Was ist hier mit dem Fallgatter? Rucksack voll. Kannst du das nehmen, Dano? Ähm, nein. Warte mal, ich kann es gleich nehmen, Mann. Ich habe es. Oder so. Wollen wir das wirklich mitnehmen? Weiß nicht, wir können doch bestimmt mal für was brauchen, oder? Wenn wir da so einen Burg bauen und so einen Turm, oder? Gut, ja, überredet. Genau, wir brauchen Dekoration. Mein Gott, ich habe aber auch einen Schrott im Inventar. Das ist der Hammer. Ja. Das ist schön. Da sind auch noch so Gitter überall. Aber die lassen wir mal. Die Jakoya nimmt 50 Kilo. Ups, geht damit. Mh, Kupfer ist hier recht rar, ne? Müssten höchstens einfach mal ein bisschen. Geht, aber wir könnten ja auch das Exiportal suchen. Ja, nein, ich würde dann nochmal zurück in die Wüste, oder? Da holen wir es uns dann in Massen. Und dann müssen wir wieder sagen. Das ist doch langweilig. Ach, der muss reingehen. Ich weiß, aber ich will erstmal ein anständiges Lager haben. Ich will nicht durch die ganzen Gebiete rasen mit vollem Gepäck. Das ist kacke. Ich will erstmal mein Gepäck ein bisschen ausladen und ein paar anständige Druhen haben. Und dann... Warte mal, deiner Wand ist Kupfer. Dann reisen wir. Ja, das wollte ich schon. Lass mich mal. Au! Lass mich verarschen! Das ist effektiv. Rucksack voll. Ich habe doch Kupfer. Das muss doch noch stacken. Deckt irgendwie nicht automatisch scheinbar. Dein Ziegelblock brauchen wir nicht. Rummig. Geschleimigen Besuch. Oh. Bringen die mich einfach... Bringen die mich einfach in die Luft. Klosikoja beim Einkauf. Genau. Was? Klosikoja Wittler auch noch? Merkwürdige Kombination. Ich mag meine Community auch. Wirklich? Ja, doch. Wenn sie mich nicht gerade Klosikoja Wittler nennen. Ist sie eigentlich ganz gut. Oh, da. Das gehört mir. Da oben. Das ist ein Vorkomm. Moment. Epische Kupfervorkommen. Ja, das ist auch mal ein Abbau-Mitte heute. Ja. Sag halt, das ist effektiv. Koya hat das nicht gewürdigt. Nee. Ja, Koya, der weiß etwa nicht, was gut ist. Ja. Doch. Solo spielen. Voll gut. Da kannst du ja umf nachher noch ein bisschen leveln. Ja, umf. Genau, umf. Umf mache ich noch. Fertig. Oi, oi, oi. Rein mit Gebrüll. Zack. Hab ja eigentlich die... Ach hier, den Erdbohrer, den hat es übrigens nicht geschliffen, ne? Vorhin mit dem Schleifstein. Der lässt sich schon mal dann... Bei mir schon. Okay. War das wieder bei 100%. Ach nee, ja, der hat so viel Haltbarkeit, da wird nur ein Teil von hergestellt. Das braucht... Ja, das kann sein. Ja, das passt wohl, ja. Was brauchen wir denn für die großen Kisten? Da brauchen wir Eisen, oder wie? Ja, Eisen kommt sehr, 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 sehr spät. Da müssen wir noch ganz schön weit. Ja, okay. Ja, dann machen wir erstmal normale Kisten hier halt. Und reisen wir gleich mal zurück, würde ich sagen. Bauen einige Kisten, bauen ein anständiges Lager. Oha. Noch dazu, dass du nehmen kannst. Hm. Die erste. Man muss dennoch abbauen. So ein Verschwenderix. Oha. Ja, schön. Ach, ich krieg's wieder ab hier. Nö, ich bin auch Kämpfer. Nee, wickst'n gemacht. So. Noch einer. Das hat alles meine Katze gemacht. Na klar. Heimwaffe. Ja, dann können wir Koya alleine lassen. Er macht die jetzt alle. Mit seiner Katze. Hm. Auch schön, sich einfach hinstellen und aufsammeln, was die anderen abbauen. Ja, ja, ja. Diese Ludger, ja. Alles tot, ihr braucht nicht mehr. Ihr könnt jetzt aufhören zu schießen. Aber da steht doch noch was. Das war ich. Ach so. Den hätt man nicht schießen sollen. So, jetzt sind wir wieder an unserer Kirche hier oder was auch immer das darstellen sollte. Ähm. Na, zah. Auwe. Was, Aura? Der Ritter. Der ist böse. Du bist Ritter. Ach so. Vergaß. Mhm. Ja, das läuft so wie geschnitten ein Boot. Ist das jetzt eigentlich Glossy Kitty bei Koya? Mhm. Ja. Wo ging's denn zurück? Ja. Wo ging's denn zurück? Schau mal den Port-Button. Wo sind das? M? Oder wie? Ja, M geht auch. Und dann? Ja, du kannst dir bei der Karte auch. Dann wählst die Welt aus, wo du hinwirst und glückst. Die Stadt. 1,03 waren wir, ne? Ja, müsste das 1,03. Nektar der Erde, Finkenforst? Wir sollten das vielleicht mal als, äh, Homestation. Ja. Es sollte eigentlich schon die Homestation sein. Wir haben noch da den Port-Button aufgestanden. Müsste eigentlich, ja. Müsste eigentlich, stimmt. Wir haben da ja einen Port. Ja, dann Port-Button wir gerade falsch. Du bist ein Dodo. Du bist ein Dodo. Du bist ein Dodo. Danke, Rammal. Prost. Prost. Oh, ist eine gute Idee. Dein letzter Schluck Wasser? Ja, so, vorletzter. Ah, da muss man sich jetzt genüsslich nachschenken, oder? Hm. Na. Prost. So ein Radler wäre jetzt auch was Schönes, weißt du? Ja, ja. Wenn jetzt von einer, äh, einer von euch eine Flasche holt und plöpp macht, dann ist es echt fies. Moment, jetzt lasst du dich vielleicht organisieren. Das ist jetzt viel zu weit. Das ist jetzt zu weit. Zu warm. Ah, ja. Ja, und sonst so, was machen wir jetzt noch? Dauert ja noch drei Stunden. Wir, wir schauen uns diese... In der Zwischenzeit könnte man immer Country of this spielen. Ich hab nur das Gefühl, dann bleibt es stehen und es dauert noch länger. Ja, das ist möglich. Sa, sag doch mal was dazu. Ja gut, jetzt wissen wir, sind wir nicht fertig gebladen. Das hat ja gepasst wie Arsch auf einmal. Oh, Online-Systemfehler. Na toll. Dieses Spiel macht mich echt fertig. Ja, wir sind doch alle rausgeflogen. Hättest du jetzt vielleicht doch nicht eine große Welt erschaffen müssen. Äh. Ja, aber ich muss als erstes drauf, dass er halt bei mir die Map als erstes lädt. Ja. Das ist auch möglich, ja. Sehr gut möglich. Würdest du so gut sein, dein Spiel nochmal starten? Ja, ja. Hallo, ich bin im Finkenfort. Sehr schön. Ich bin da. Rax ist da. Danu. Gerade noch. Ist nicht da. Hippo ist da. Nein, ich bin gleich da. Juhu. Jetzt. Danu ist beigetreten. Zum Glück. Und nicht Tuata. Ne, ne. Reicht einmal. Ah, hier haben wir so eine allgemeine Pflanzenkiste. Dann tue ich da mal meinen Gerümpel auch noch dazu. Ich habe so ganz viele Pflanzensitzlinge. Wie das bloß passieren kann. Geht auch nicht rein. Sind in dieser Kiste schon wieder drin. Ole. Ich versuche das mal so ein bisschen zu sortieren, ja. Wollen wir nicht diese Brunnen und das ganze Zeug irgendwo aufstellen, damit die nicht dauernd im Weg stehen? Ja, das ist eine tolle Idee. Dann haben wir da so ein, so ein Figurenkabinett. Ja, irgendwo ist so eine Art Lager, ja. Das könnte man machen. Dann noch einen Stock draufbauen. Oder tiefer. Ich finde, sowas gehört in den Keller, weißt du? Das ist so typisch. Ach komm, das. Legen wir mal in den Keller. Brauchen wir bestimmt nochmal irgendwann. Ja, dann müssen wir. Na gut, aber bis wir den Keller angelegt haben, können wir es da oben irgendwo mal platzieren. Also die Kiste rechts nutze ich für sämtliche Setzlinge, die wir so haben. Könnt ihr eure dazu setzen. Okay. Voll. Voll. Das geht noch rein. Voll. Also ich nutze sie für sämtliche Setzlinge. Das Ding ist nur, es passen nicht sämtliche rein. Ne, diese Kisten sind verdammt klein. Ich habe noch zwei im Inventar. Ich habe noch zwei gebaut. Oh, voll Setzlinge. So. Die Werkbund da ist ja frei, oder? Einzige Sprache. Gerade die kann man nicht stapeln. Mann. Schön. Auf dem Dachboden, genau. Das Zeug muss auf dem Dachboden. Ah, und hier ist Holz drin. Okay, dann nehme ich das mal wieder. Holz. Oh, ich habe ganz viel Holz. Klar, schmeißt du doch gerade Zeug weg. Ja, meiner tränke ich für dich. Danke. So, wohin wolltest du eine Kisten haben? Ich habe auch ein paar Kisten gebaut. Ich weiß auch noch nicht, wohin. Also ziemlich genau ein Paar habe ich gebaut. Ja, also... Warum ist nicht alles nass? Ihr könnt... Wasserbombe. So ist es nass. Wasserbombe. Nee, warum auch nicht? Ja, wollen wir da den ganzen Gang vollstellen, oder? Nee, vollstellen würde ich das jetzt nicht. Wenn, dann müssen wir schon so ein bisschen... Naja, dann sprich, Herr Kruja. Ja, können wir nicht irgendwie Tische bauen und auf die Tische so ein bisschen noch was drauf? Ich kann mich schon wieder nicht bewegen. Da. Drück nochmal F und schau, dass du in die Kiste nochmal reinkommst. Nee, komm ich nicht. Hier in der L habe ich dort ein Pflanzenbeet reingemacht, ne? Wie wäre es denn, wenn wir hier noch so eine kleine Hütte hinbauen, wo wir die Kisten für die Setzlinge und den ganzen Gedöns hinstellen? Ah, jetzt geht's. Jetzt ist es wieder. Können wir machen. Das ist... Ich glaube, Xars Leitung ist dicht. So. Das waren Steinblöcke, genau. Schmeiß ich da rein. Kuiar? Ja, bitte. Komm mal mal her. Oh, hier oben ist ja noch eine Kiste auf dem Schrank drauf. Moment, was ist da drin? Da kommt man so gut dran. Die ist super platziert. Ach, da sind die Sachen drin. Ja, ich habe da mal ein ganzes Kramzeug da reingepackt. Kuiar, komm mal her. Moment, Moment, ich will auch mein Kramzeug da rausführen. Die wurden angesauft, ich kann nichts dafür. Schmeiß das halt nochmal raus für Kuiar. Ja, genau das. Warte. Bleib stehen. Kisten. Jetzt soll ich die machen. Natürlich. Was heißt es nachher? Es ist nicht symmetrisch oder so? Dann bauen wir sie wieder ab und bauen sie neu auf. Wie war es? War das alles? Ja. Warte, noch eine. Ja, egal.